so freunde tag 2 meiner lunzertour wir fahren jetzt nach bad essen war es genau ja zum winter lunzer seminar und so heißt auch dieses video wir zwei sehen uns nachher gleich wieder mal gucken ob ich ihn an der schoßstange kleben kann nicht dass er mir davon fährt ja genau alles klar leute bis nachher ja freunde mittlerweile angekommen also schon eine ganze weile der platz hat sich mittlerweile etwas gefüllt hier im hintergrund stehen schon wieder zwei beim ratschen die kennen wir ja auch schon servus servus mit den hand grüzi und jetzt schauen wir nachher dann mal eine käme so schön sauber meines voll flecken warum die so sauber ist nein das kann ich nicht aber dafür ist das war der mann der dein tolles brett gemacht hat der las hat die geputzt gewaxt also las wenn du das video auch siehst es fällt auf hier geht es mittlerweile rund wie gesagt ich bin bloß ein bisschen nebenbei weil ja nachher selber auch noch was zu tun habe ja einfach nur die schwarte salz also das ist nicht dann ruhig eine menge drauf der ist nicht eingeschnitten der ist nicht eingeschnitten also waschen wir nachher ab hier endlich so ein bisschen von film drauf ergeben hat ja genau die hau zu entwässern wasser rausziehen genau dann umgedreht rein die hautseite nach also quasi fleischseite nach oben drei stunden ungefähr einmal wenn und wenn man grüne haare hat sie haben ja auch noch eine tue vielleicht hast du auch grüne haare 1 eindeig zu viel gemüse was das ist die power die man bekommen bekommt und geht einmal von uns gemüse mann macht er das richtig 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 er hat gut von mir gelernt wird das jetzt einmal was mit der feuertonne hier immer mal anzünden hast du einen anzünder da einstecken in der hohen tasche vielleicht du meinst ein feuerzeug der feuerzeit braucht man nicht anzünder habe ich keine aber du kannst man kann auch hier reinlangen und einfach anzünden und dann brennt es dann brennt es das macht das feuer also jaja der grill junkie wieder on tour hier am sauerkraut und mehr leute als am schwein der gemüse man hat wieder die geheime zutat verwendet das ist schon was feines frechheit absolute frechheit da wollte ich gerade zum auto laufen wollte mal leckeres döschen red bull holen und was ist der johnny holt mich zurück und ja ich musste hier gerade ein bisschen holz hacken naja haben wir es halt gemacht wer das jetzt nicht glaubt dass ich das kackt hat gehackt habe einfach das video von der grillshow anschauen da ist es mit sicherheit mit drin so freunde ich habe mir jetzt mein zeug auch schon hergerichtet dass ich auch was machen kann aber jetzt im moment ist noch da drüben wird schon am werke und da schauen wir jetzt mal rüber ich habe mir jetzt mal teil gebastelt habe ich jetzt mal in die ruhigere ecke verdrückt und dabei schon gesehen ja das schweinerl haben es schon darin versenkt aber wie gesagt schon wieder anschauen einwandfrei freunde ich habe ein bisschen unterstützung bekommen von und wer hilft hier noch mit wer hilft hier noch mit klaus und noch der anex der anex wunderbar und jetzt haben wir noch ein bisschen deckel auf deckel zu und dann werden sie reingestellt die ersten zwei becken hokkaido becken hat schiffe in die mitte stellen in die mitte stellen mit käse mit käse mit käse mit käse wir können die direkt indirekt hier so nebeneinander ja nebeneinander so ok also so sieht es jetzt aus jetzt hoffe ich bloß wirklich dass der deckel zu geht ohne dass die schiffle umfallen die helfer haben hier super arbeit geleistet jetzt müssen wir bloß schauen dass die erste ladung fertig wird und dann können wir die restlichen drauf stellen zumindest ein teil davon ja wätschi ich wollte noch jemanden vorstellen das ist der björn und der björn hat keinen titz was versprochen björn soll ich dann vorbereiten ja 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 die wollte unbedingt sind wie ein verprügelt hauaa der hat versucht mich zu treten alles ist es ja ja BFBUDDY was geht ab ja ich mache jetzt ein bisschen Entrecke für euch Okay. Von wo ist das Fleisch her? Die Steakshow. Das ist das, was wir bei der Grillshow vorbeigucken. Das Fleisch in Kappadri. Mit dem Mikro am Start? Ja. Nein, aber ich kann sie reinschmeißen. Okay, ready? Und alle Stimmen mit ein. Was hast du denn hier dabei? So, so ist das hier halt. Die Geräte, die mittleren, sind auf alle Fälle jetzt fertig. Die werde ich jetzt da irgendwie hier drüben in mundgerechte Happen schnüppeln und dann servieren. Leider kann ich ja nicht alles filmen, wenn ich beide Hände gesetzt habe. Und da drüben machen sie auch ein riesen Spektakel. Aber wie ich schon sagte, bei der Grillshow gibt es das andere Video. Also von der Riesenmenge stehen hier jetzt noch zwei Stück. Sind wir recht gut losgeworden. Sehr lecker. Und da drüben geht es auch schon wieder weiter. Vielen, vielen Dank. Was machst du hier Schönes? Hallo! Grüße alle Grilljunkie-Fans. Ich bin der Philipp von Professor Taste und ich mache heute Original KFC. Und das steht nicht für Kentucky Fried Chicken, sondern für Korean Fried Chicken. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Mein Freund, der Ingo, filmt schon so ein bisschen. Ich räume mal etwas zur Seite. So, die Hähnchenflügel habe ich hier natürlich schon vorbereitet und mariniert. So, aber für den Zuschauer, den das interessiert, so sehen die aus vom Händler eures Vertrauens. Und dann geht man einfach her, macht einen Schnitt und dann guckt man, wo das Gelenk ist. Macht einmal so knack und dann sieht man das. Weil wenn man jetzt mit dem Messer durchhacken würde, dann wird es sofort stumpf. Und wenn du das Gelenk jetzt brichst, dann kannst du hier schön durchschneiden. Hast das halbiert. Hier mache ich das jetzt noch einmal vor. Eben einmal anritzen. Dann sieht man das sofort, es macht knack. Hier seht ihr genau, wo das ist. Zack, da durch. Und dann könnte man das jetzt zu den anderen hier in die Mischung geben. Die packen wir jetzt mal hier an den Rand und dann können die schön durchziehen. So, die sind schon mariniert. Klassisch werden die mariniert in Korea mit Salz, Pfeffer, Ingwer und Knoblauch. Und dann teilt sich halt die Gemeinde, will man das noch irgendwie einlegen in Flüssigkeit dazu. Ich nehme mal ganz gerne Milch. Für Leute, die laktoseintolerant sind, die können auch Mineralwasser oder Wein nehmen. So, und dann nehmen wir halt einfach unsere marinierten Chicken Wings. Die haben jetzt gut zwei, drei Tage mariniert. Legen die dann einfach in eine Mehlmischung eurer Wahl. Man kann insgesamt drei verschiedene Mehlmischungen nehmen. Das heißt, entweder ein normales Mehl. Wer aber eine Glutenallergie hat, der kann auch Reismehl oder Kartoffelmehl nehmen. So. Und dann werden die einfach nur so ganz leicht frittiert. Oder beziehungsweise ganz leicht raniert. Entschuldigung für den Versprecher. So. Und dann legen wir die hier auch schon in die Fritteuse ein. Und war es gar, war es essbar? Top, auf jeden Fall. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen, er hatte der Prototypen. Er war das Testkaninchen. So sehen Kaninchen aus in El Paso. Und ja, vielen Dank, dass du dich der Forschung zur Verfügung gestellt hast. Sag ich jetzt mal. Dankeschön. Und jetzt. Also kennt von euch einer das verrückte Huhn? Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gekannt. Oh. Machst du mal Alex auch eins? So Leute. Das war jetzt hier ein kleiner Ausblick. Wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Schaut euch das ganze Video noch bei der Grillshow an. Und naja. Viel Spaß. Er war auch wieder hier dabei. Ja. Und ich filme jetzt einfach noch mal kurz ein bisschen rum. Und dann lege ich die Cam ins Auto. Und dann geht es weiter zum nächsten Punkt meiner kleinen Lunter-Tour. Okay Leute. Und die Grüße. Ihr seht. Was ist schön im Hintergrund? Wir sehen uns. Was machst du hier Feines? Ah, Kochzustand kontrollieren. Oh, ja. Geht. Geht. Und riecht gut. Ja. Und was ist das? Wildgulasch. Wildgulasch? Jo. Okay. Aber frag mich nicht, was die hier alles reingeschmissen haben. Ha, 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 ha. Also eins, zwei, drei, vier, Teufel voll. Ja. Ah, ja. Okay. Das ist ja die hohe Rippe. Ah. Am Rind. Okay. Die Oma hat schon gesagt. Wohne. Wo hängst du deinen Rücken schon wieder rein? Ja, ich bin zwischen den Gefühlen hier überall. Hier ist einfach überall den ganzen Tag leckeres. Also, wer da nicht mitmacht, selber schön. Und was macht der Hobbit da hinten? Essen kochen. Ja. Ich bin sorry. Wir machen grad nen Gulasch. Von Ordnung. Äh, der hier. Ihr wisst schon, dass sind jetzt die letzten zwei auf dem Video. Seid ihr letztens bei mir? Wollte noch Tschüss sagen? Du bist jetzt weg, ne? Wie du gehst jetzt? Das Video ist weg. Ach, das Video ist weg. Ja, dann schön, dass das Video da war. Vielen Dank. Ich sag auch vielen Dank. Was ist los? Bist du kein Profi? Ne. Wir sind das Ende für das Video. Vielen Dank, BeatBuddy und der M von MG Barbecue sind raus. Genau, G ist da hinten. Perfekt.